Hi, hier ist Kai zu Hause mit Konfi zu Hause. Oh, ähm, Thema Konfirmationsspruch. Vielleicht habt ihr schon einen. Vielleicht auch noch keine große Überschrift über euer tolles Fest. Sollen wir mal reinblättern? Brrrr, boah, es ist zu dick gerade. Von vorne nach hinten durchlesen, bei Luther die fett gedruckten Verse rauszuschauen und dann zu sehen, welcher passt mir. Boah, ist vielleicht doch ein bisschen blöd, dieses Vorgehen. Ich gebe euch einen Tipp, aber bevor ich das tue, guckt noch mal, ob ihr unsere Seite abonniert habt, Evangelische Kirche in Oberhausen, und betätigt die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn was Neues hochgeladen wird. Mein Tipp, konfispruch.de. konfispruch.de Da könnt ihr anhand von Stichworten, von Wörtern, wo ihr sagt, boah, da verbinde ich etwas mit, das ist mir wichtig. Euren Spruch finden. Natürlich schlagen die euch auf konfispruch.de nur eine Auswahl von Sprüchen vor. Aber so könnt ihr anfangen. So könnt ihr anfangen zu schauen, was könnte meine Überschrift über mein großes Fest sein. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Satz findet, so wie viele andere ihn gefunden haben. Es gibt hier so eine Hitliste. Aber ich will euch die gar nicht verraten, sondern geht selber auf die Suche. Und wenn ihr einen Spruch schon habt oder gefunden habt, dann schreibt ihn uns doch in die Kommentare rein, damit wir alle was davon haben, von euren Sätzen. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis bald.